Ich bin Winfield Scott. Bin zu alt, um die Truppen zu führen. Leute, das Einzige, was dabei rauskommt, ist, dass ich Socken hasse. Und wie... Probieren wir es mit einer anderen Taktik. Aversionstraining. Immer wenn du eine falsche Antwort gibst, werde ich so schreien, wie du es hast. Blastas! Was schenkte Sherman Lincoln 1864 zu Weihnachten? Praline? Blastas! Nein, Atlanta! Er hat ihm eine Stadt geschenkt? Ja! Wie hat er die verpackt? Blastas! Ich hab nichts Falsches gesagt! Nein, du warst eklig, ist genauso schlimm. Konzentrier dich! Blastas!